So, hallo und alle zu einem neuen Snapshot Vorstellungsvideo. Diese Woche ist jetzt wieder ein neuer Snapshot rausgekommen, nämlich der Snapshot 14w10b, wo dann jetzt wieder einige neue Sachen gezeigt werden, die fürs neue Update relevant sind. Also Update 1.8 kommt dann wohl irgendwann, wann auch immer. Jedenfalls ist es mal wieder etwas Neues draußen und das werde ich gerade mal vorstellen. Viel Spaß! Für die erste Sache brauchen wir Nacht und wir müssen auch die Mobs anschalten, denn es ist ein kleines interessantes Zusammenspiel zwischen Wölfen und Skeletten. Skelette fliehen ab sofort von Wölfen und Wölfe greifen automatisch immer Skelette an. Also nicht die gezähmten, weil das Skelett dich angegriffen hat, sondern wilde freie Wölfe fressen einfach, oder fressen sie, jagen einfach Skeletten hinterher. Ganz einfach aus dem relativ logischen Grund, da Skelette aus Knochen bestehen und Hundi mag Knochen im Klartext. Und das ist ein interessantes neues Verhalten von den Tieren und was ich ganz witzig finde, ich meine, man kann dadurch einiges machen, zum Beispiel Mob-Sortierer, vielleicht kann ich mich da auch nochmal dran setzen, da was konzipieren. Könnte ganz witzig sein, weil Villager und Zombies, da kann man ja schon mal Zombies sortieren, Creeper kann man mit Katzen aussortieren und Skelette, so wie es aussieht mit Wölfen. Finde ich jedenfalls, es ruht Zeit, dass das reinkommt. Die nächste Sache habe ich schon mal in einer 5-Ding-in-Minecraft-die-du-noch-nicht-wusstest-Folge gezeigt. Da ging es darum, dass man Itemframes übereinander stapeln kann an denselben Block, das hat sich ein bisschen kompliziert gemacht. Wenn ich die dazwischen gegangen habe, die dann gesetzt, sodass man zum Beispiel zwei Frames machen konnte und dann zwei verschiedene Items reinlegen konnte und die Items haben sich halt übereinander gelappt. Das sah dann ein bisschen cool aus, zum Beispiel in Rosenbuschen und vorne goldener Apfel oder sowas, was dann schon mal ein bisschen ganz fein war. Und es ging auch so, dass man, wenn man halt hier den Itemframe auf dem Block platziert hat, konnte man ja, weil der Itemframe nicht den kompletten Block belegt hat, teilweise noch am selben Block erneut einen Itemframe setzen, so wie jetzt zum Beispiel setzen, 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 als dass sie sich breitest übereinander stapeln würden. Allerdings wurde rausgenommen. Das heißt, der Bug, dass sich Itemframes stapeln können, wurde rausgenommen. Genauso wie die Sachen mit den Bildern. Habe ich ebenfalls in der 5. Dinge Minecraft-Folge mal gehabt. Da ging es darum, dass man die Bilder mit Eiern abwerfen kann. Und da hat man auch gesehen, wie die Bilder größtenteils so ein bisschen rumgebackt haben, weil die sich überlappt haben. Und das war, glaube ich, auch schon eine neuesten Version 1.7.4. Und das wurde jetzt rausgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt Bilder platziere, die werden sich immer anpassen, je nachdem, wie viel freie Fläche noch ist, aber die werden niemals größer, als sie eigentlich sein sollten und überlappen und sorgen dafür, dass das ganze Bild so furchtbar flackert, was natürlich in alten Versionen noch der Fall war. Dann als nächstes wird eine kleine Änderung geben, also jetzt nicht im Spiel, aber allgemein zum eigenen Minecraft-Account. Man wird in der Zukunft in der Lage sein, höchstwahrscheinlich seinen Namen zu ändern. Und ganz einfach, damit das trotzdem noch mit Whitelists und Ähnlichem funktioniert, wird dafür gesorgt, dass jeder Minecraft-Account eine eindeutige ID bekommt, diese man dann halt dementsprechend zum Whitelisten nutzen kann. Das heißt, wenn der Spieler seinen Namen zum Beispiel ändert, bleibt er trotzdem gewhitelistet. Das Ganze ist noch nicht so ganz durchsichtig, finde ich. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis das implementiert wird. Was man sich darunter genau vorstellen kann, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Aber neben Changes, also Namensveränderungen, kann man wohl später bald durchführen. Die nächste Sache wird dann ein klein wenig komplizierter. Die einfachen Sachen haben wir fast alle schon vorbei. Es geht um Scoreboards. Da gibt es wieder was, was neu dazugekommen ist, was man machen kann und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, damit kann man alles Mögliche machen. Man kann sehen, wann der Spieler gestorben ist, wann er welches Monster getötet hat oder wann er ein Item gecraftet hat und so weiter und so fort. Und hier gibt es jetzt etwas Neues, nämlich ein Scoreboard kann jetzt auch anzeigen, wann ein Spieler das letzte Mal gestorben ist. Und dazu, ich wollte es mal in einem extra Video machen mit den Scoreboards, werde ich aber trotzdem jetzt ganz fix alles erstellen. Ich habe es mir mal ganz kurz angeguckt und ich denke, das müsste ich einigermaßen hinkriegen. Und zwar folgendes, wir werden mal ganz kurz hier hingehen und ein Scoreboard ganz fix erstellen. Wir brauchen Slash Scoreboard Objektives und dann möchte ich da was hinzufügen, Add, nämlich, ich nenne es Tod. Und wonach gesucht wird oder wonach getrackt wird, ist die Stat-Datei, nämlich Stat, oder die Stat-Variable Stat.times sind Stats, wenn wir dazugekommen, wählst du einfach aus und es soll heißen, letzter Tod vor Doppelpunkt. Füge ich hinzu und jetzt ist das Objective Tod neu hinzugefügt worden. Und das Ganze können wir uns theoretisch anzeigen lassen mit Scoreboard, Objectives und List. Dann können wir schon mal sehen, was alles noch mit drin ist. Aus der, oder einer der letzten Snapshot-Vorstellungen haben wir gesehen. Die Health Bar haben wir oben hinzugefügt bei der Tab-Liste und ist auch schon sichtbar. Das, was wir jetzt noch auch dazu hinzugefügt haben, letzter Tod, ist noch nirgendswo sichtbar. Und das werde ich am besten mal an einer kleinen Seite machen. Dazu Slash Scoreboard Objectives und dann Set Display. Wir wollen ja das Display auf der rechten Seite haben und mal kurz, müsste eine Sidebar dazukommen. Sidebar und dann Tod. Und jetzt sehen wir da auf der rechten Seite, letzter Tod vor und das, was da gerade hochläuft, sind keine Sekunden. Das sind Ticks, also die üblichen Minecraft-Ticks, die man kennt von. Es ist halt die Minecraft-Zeiteinheit, sag ich jetzt mal, von Redstone-Schalding, von ähnliches. Und das sind halt die reinen Ticks, die wir da oben haben. Und ja, wäre es im Prinzip auch schon so im Groben gewesen. Du kannst halt jetzt das Ganze mal austesten mit Slash Kill. Ich werde natürlich irgendwo oben in der Pampa jetzt landen, genau am Startpunkt, wie ich schon mal war. Ähm, und, verdammt, soll ich gar nicht haben. Ähm, warte mal kurz. Da will ich hin. Genau, ich habe das in meinem Leben ja getestet, dann bin ich ja auch schon einmal gestorben. Der Counter beginne ich jetzt hier von neuem und wenn ich das hier auch schon nochmal mache, zack, wieder wieder zurückgesetzt, weil ich gestorben bin. Letzter Tod vor, wie gesagt, Timesunster. Logischerweise sagt ja alles eigentlich auch schon aus. Gut, das jedenfalls dazu, zu dieser neuen Variante. Es gibt auch noch eine Sache, die wurde hinzugefügt und zwar, dass man mit Command-Blöcken detekten kann, wenn ein Spieler schleicht in der Nähe und wenn ein Spieler sprintet zum Beispiel. Das kann man auch alles mittlerweile detekten, aufspüren, aufschnüffeln. Dafür gibt es auch die entsprechenden Befehle. Ähm, ist auch ein Stat-Befehl, den können wir nicht im Scoreboard zeigen, weil es ist ja nur, ja, er sprintet und, ja, er croucht sozusagen. Das ist jetzt hier nicht mehr drin. Das ist dann praktisch auch dieser Stat. Und darf nicht gucken ganz kurz nach. Das ist folgender Stat-Crouched-1cm und Sprinted-1cm. Ähnlich genauso wie das, was wir hier oben hatten mit Stat, Timesunster und so weiter und so fort. Und, ja, kommt dementsprechend auch noch hinzu. Ansonsten gibt es auch eine kleine Änderung zu eigentlich unsterblichen Mobs. Und zwar, man kann diese ganz einfach so erstellen mit folgenden Befehl. Und zwar, wenn man halt etwas beschwört und dann den Tag hinzufügt in Valnerable und dann eine 1 hinzufügt, heißt das ja, die Viecher sind unverwundbar. Egal, was könnt ihr jetzt, keine Ahnung, eine Kuh, ein Schaf oder ein Villager nehmen. Ich hatte es noch einen Villager genommen. Und dieser Villager ist eigentlich unverwundbar. Und zwar folgendermaßen, ups, nicht Timeset, sondern Game-Mode 0. Wenn ich jetzt im Survival bin, ich kann den nicht töten, gar nichts machen, weil er eben als unsterblich markiert ist. Allerdings kann man auch unsterbliche Viecher ab sofort im Creative-Mode trotzdem noch töten. Das Unverwundbar gilt nur noch für den Survival-Mode. Ansonsten müsste das auch schon das Wichtigste gewesen sein, wenn man so durch die Liste durchgeht. Die anderen Sachen sind größtenteils noch Bugfixes, ein paar kleine Sachen noch zum Scoreboard, was ich allerdings jetzt als nicht so wichtig empfinde. Im Wesentlichen war es auch nicht wieder allzu viel, was da hinzugekommen ist. Und auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, war ein etwas kleinerer Snapshot, weil größtenteils wieder an der Plugin-API gearbeitet wurde, so wie ich das auch aus dem Change-Log mitlesen konnte. Ich bin mal gespannt, was da nach Zukunft noch kommen wird. Wann ist jetzt auch vielleicht ein paar kleine, aber interessante oder nützliche Änderungen. Das mit den Scoreboard fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man jetzt auch gucken kann, wann jemand das letzte Mal gestorben ist. Kann man ein Minigame oder ähnliches draus machen, ist eigentlich ganz nett. Und ja, ansonsten wäre es das gewesen von dieser Woche. Mal gucken, vielleicht gibt es nächste Woche wieder ein Snapshot und dann gibt es diesen natürlich auch wieder hier auf dem Kanal zu sehen, wie jede Woche. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst und tschüss. Bis zum nächsten Mal.